Man kann sich schon ein heben, man kann sich drüber heben. Ja, sieht sexuell aus. Ja, was ist extra? Da oder was? Nein, triff weiter um. Weiter um? Da, ja, da, da. So, wie du drüber gehst, sieht sexuell aus. Das kann ich gar nicht reingeben. Nein, das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer. Ja, ist ganz schwer. Das ist wirklich. Wie hält man das? Wie willst du das heben? Geil. Jeder nimmt eine Hand. Geht eh zum Oma. Geht eh zum Oma schaukeln. Ah, der löst sich schon. Der macht seinen Knoll so. Da kann man den Stein drauf kriegen. Wieso? Wieso? Der ist so. Der ist so. Der ist so. Der ist so. Wird was gehen? Ja. Wir können es runterstehen gleich. Ja, eh runterstehen. Geht schon. Au, au, au. So. Wuhuuu. Das hier runter ist unter der Blut. Ich muss mal drücken. Ich werde nicht mal kommen. Auf dem Unterdrücken. Hier, eh. Das ist, ich habe mir Loch geholt vom Erde. Hier alles selber gemacht. Hier habe ich alles selbst gemacht. Das hat ihr so überheben. Da weiss. Schwier, gell? Das hat man auch schwer nicht. Da hat man in die Schulter reindrückt. Ja. Die Weintraube hat ihn beschädigt. Ist der Mann oder Frau? Mann. Ein Griechischer, oder? Das ist für auch誠 der Agent. Aber das war echt so richtig. Vielen Dank.